Okay, Leute, seid ihr bereit für das super coole Spiel, was wir jetzt machen? Ja, Icky, wir machen das jetzt. Und zwar suchen wir jetzt die Jack-O-Lanterns. Wer zuerst fünf Stück hat, gewinnt, okay? Okay, bist du bereit, Kummer? Bist du ready? Naja, also, eigentlich bin ich nicht wirklich ready, aber okay, wir können spielen. Ach, Kummer, hab dich nicht so. Ich werde gewinnen. Ich werde als erstes losgehen. Okay, dann wirst du als erstes losgehen. Und ich warte hier. Obwohl, warte, Xing-Zhang-Zhang, ich werde als erstes losgehen. Okay, Icky, dann machen wir das wirklich so. Du gehst los, suchst die Jack-O-Lanterns und wenn du sie gefunden hast, dann bekommst du die Belohnung. Ja, so machen wir das. Das ist viel, viel besser. Da muss ich gar nicht losgehen. Okay, Leute, dann suche ich jetzt im gruseligen Wald die Jack-O-Lanterns. Aber pass auf, Icky, es ist Halloween. Ja, Leute, Happy Halloween. Wir müssen jetzt hier in den gruseligen Wald gehen und müssen die Jack-O-Lanterns finden. Okay, wir nehmen hier unsere Torchlight für den Fall der Fälle und suchen jetzt die gruseligen Jack-O-Lanterns. Das wird ein mega cooles Video. Schaut das Video bis zum Schluss, Leute, denn es wird noch mega abgefahren. Etwas gruseliges wird passieren und wir suchen jetzt die Jack-O-Lanterns. So, wollen wir doch mal sehen, wo sind die denn Jack-O-Lanterns? So, in mein geheimes Labor. Tür zu. Hallo, Leute. Ich werde heute einen richtig fiesen Klon erstellen und damit werde ich Icky ein für alle Mal besiegen. Hahaha, okay. Das hier ist mein geheimes Labor. Okay, ich werde mich an Icky rächen. Der denkt, der kann mich aufhalten. Niemals. So, ich brauche dafür hier die dunkle Energiezelle. Die brauche ich. Dann brauche ich noch den Jack-O-Lantern und das hier. Das ist eine Paw Patrol-Puppe. Die Paw Patrol-Puppe kommt hier rein. Dann kommt hier die dunkle Energie rein. Und der Kürbiskopf. Jetzt machen wir hier zu. Warten ein paar Sekunden. Und dann sollte es auch schon passieren. Ich werde jetzt einen fiesen Klon erstellen von Paw Patrol. Und der wird Icky verfolgen und endlich besiegen. Hahaha. Hat es geklappt? Es hat geklappt. Es hat geklappt. Ja! Hahaha. Also, ich muss wirklich zugeben, dass es hier gruseliger ist als gedacht. Uhu. Oh. Ich habe Angst. Schnell weg. Zurück. Ryder. Ryder, Ryder. Ich habe Angst. Es ist gruselig. Alleine möchte ich das nicht do... Ryder? Die wollen mir doch einen Streich einjagen. Wo seid ihr? Wo seid ihr hingegangen? Oh, die sind bestimmt selber nach den Jack-O-Lanterns suchen gegangen. Nur um mir einen Streich zu spielen. Das wette ich mit euch. Wo seid ihr denn jetzt? Okay. Ist auch egal. Wir suchen jetzt hier einfach nach den Jack-O-Lanterns. Mitten in der Nacht. Spät. Gruselig. Äh. Warum ist da Licht? Oh mein Gott, Leute. Warum ist da Licht? Ryder, bist du es? Ihr habt hier gar keinen Jack-O-Lanterns platziert. Gebt es zu! Gebt es zu! Ryder! Der erste Jack-O-Lantern! Ich habe ihn! Jawohl, ja! Okay. Kann ich ihn auf den Kopf setzen? Nee, das geht nicht. Okay. Wir haben den ersten Jack-O-Lantern gefunden, Leute. Super! Okay. Wir brauchen fünf Stück. Dann haben wir das Halloween-Event gewonnen. Oh mein Gott. Dann gibt es Halloween-Belohnungen. Okay. Wir müssen aber jetzt noch weitersuchen. Nach mehr... Was ist das denn? Oh Gott, Leute. Wir müssen aufpassen. Es ist dunkel. Es könnte ein Creeper und alles herumlaufen. Aber das ist kein Creeper. Das ist ein Schäfchen. Ja. Okay, okay. Da ist nix. Schaf, hör auf mir, Angst einzujagen. Und geh nach Hause. Oh, da vorne ist wieder Licht. Könnte das... Der nächste Jack-O-Lantern sein? Jawohl! Leute! Let's go! Der nächste Jack-O-Lantern! Die ersten beiden waren sehr leicht zu finden. Jetzt haben wir schon zwei Stück. Richtig geil. Okay. Müssen wir auch mal versuchen, hier auf einen Baum zu klettern. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. So. Bam, bam, bam. Und von hier gucken wir jetzt mal, wo wir irgendwo Licht sehen. Ja, wow. Nirgends. Das heißt, der könnte überall sein. Vielleicht auch hier lang. Okay, wir suchen einfach mal weiter. Ist ja gar kein Problem. Gucken hier. Müssen wir heute die Jack-O-Lanterns finden und dürfen uns nicht von irgendwelchen Monstern oder sowas aufessen lassen. Denn es ist Halloween. Und an Halloween kommen gruselige Sachen. Wow. Die Stadt sieht ja so riesig aus an Halloween und an der Nacht. So gruselig. Schaut mal. Was ist das da vorne? Das ist das Schiff. Da sind Schiffe. Ja, ja. Ich kann die sehen. Okay, da vorne ist auf jeden Fall das XXL-Schiff. Ja, ich kann es sehen. Da vorne. Dann haben wir da den Strand und das Krankenhaus. Okay. Oh. Der nächste Jack-O-Lantern. Hallo. Komm zu Papa. Let's go. Wir haben die Jack-O-Lanterns alle. Oh mein Gott. Okay, das sind aber keine Jack-O-Lanterns. Nee, das sind normale Kürbisse. Okay, was passiert, wenn ich die nehme? Sind das Jack-O-Lanterns? Nee, das sind einfach nur Kürbisse. Schade. Und an Halloween werden die immer gruselig. Ah. Guck mal, wie cool. Ich kann die auf den Kopf nehmen und dann sehe ich so aus. Wow. Ich bin ein Zombie. Okay, das ist mega fresh. Okay. Und wow. Das Schaf hat Angst vor mir. Ja, ja, ja. Geh mal lieber weg. Ah. Okay. Ich ziehe das mal wieder aus. Okay, das ist aber kein Jack-O-Lantern gewesen. So, mir fehlen noch zwei Stück. Die müssen noch hier irgendwo sein. Komm. Jack-O-Lantern. Okay, wir haben schon zwei Stück. Dann laufen wir jetzt einfach mal hier. Alter, hier ist ein Kreuz auf dem Boden. Hä? Was geht denn hier bitte ab? Krank. Ich dachte gerade, hier wäre gerade irgendwo ein Creeper. Aber das war nur dieser Baum. Der Baum sah gerade echt ein bisschen aus wie ein Creeper von Weitem. So, boom. So, ja, ein bisschen. Okay. Wir müssen hier weiter... Boah, nicht runterfallen. Ja, wo ist denn der nächste Jack-O-Lantern? Ich sehe, ich suche jetzt schon seit 20, 30 Sekunden und kann... Da vorne, da vorne, da vorne, da vorne, da leuchtet es. Schnell. Jack-O-Lantern. Jack-O-Lantern. Hier ist Holz. Hä? Wer hat denn jetzt hier Holz platziert? Mitten in der Nacht an Halloween platziert hier jemand Holz? Ich sehe aber wirklich nirgends irgendwas. Ah! Was ist das denn? Ach, du grüne Neune. Warum liegt hier Blut? Wieso? Was ist hier passiert, Leute? Ich komme darauf einfach nicht klar. Alter. Egal, wir nehmen jetzt erstmal hier diesen Jack-O-Lantern. Wollen wir jetzt hier den vierten? Haha, Ryder! Ihr werdet mich niemals erschrecken können! Okay, perfekt. Wenn wir jetzt hier vier Jack-O-Lanterns haben, das heißt, es fehlt nur noch ein einziger. Wir klettern mal ganz kurz da auf den Berg hoch. Und von diesem Berg aus sollten wir auf jeden Fall den letzten Jack-O-Lantern finden. Yo, Ryder! Da bist du ja! Schau mal, was ich hier schon habe. Und zwar eins. Äh, ups. Eins. Zwei. Drei. Vier! Das sind vier Jack-O-Lanterns. Tja, was sagst du dazu? Na? Ryder. Ryder, komm, hab dich doch nicht so. Nur weil ich gewonnen habe. Sei ehrlich. Ich bin so kurz vor dem Sieg. Mir fehlt noch ein einziger Jack-O-Lantern. Was sagst du dazu? Komm, sag doch was! Ähm. Ryder, warum sind denn deine Augen eigentlich so rot? Und dein Gesicht ist voller roter Soße. Was hast du gemacht? Ähm. Ryder, geht's dir gut? Soll ich die Paw Patrol rufen oder so? Ähm. Ryder, was? Warte mal ganz kurz. Warte mal. Bleib mal stehen. Warte mal. Das ist, das ist ja. Oh Gott, jetzt erkenne ich es erst. Oh mein Gott. Das ist ja Blut. Ah! Hilfe! Ah! Gib mir das her! Ah! Hilfe! Ach, ach. Komm her, ja, Icky. Ich bin Ryder-Echse. Oh mein Gott, seit wann gibt's dich? Schnell weg hier. Schnell weg hier! Oh mein Gott, Hilfe! Ah! Schnell! Oha! Umdrehen! Oha! Er kommt hinterher! Oha! Oh mein. Ah! Hinter dem Baum! Wie lang? Er kommt! Hilfe! Ah! Komm her, Icky. Komm hierher! Hahaha! Ah! Hör auf! Hilfe! Oh mein Gott, Leute, wir müssen hier direkt weg! Oh Gott! Auf dem Baum! Ja! Ja! Tja, mich kriegst du nicht hier oben. Schnell weg hier! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh, ich glaube, ah, er ist hinter mir, er ist hinter mir, ich glaube, ich habe gedacht, ich habe hier begangen, er ist hinter mir, oh mein Gott, schnell, hier hoch, ah, 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 schnell weg hier, Leute, wie gruselig ist das denn? Oh mein Gott, scharf, lauf um dein Leben, lauf, hier entlang, und hoch, zack, zack, da hinten ist er! Komm hierher, Icky, komm zu Reiner! Nein! Nie im Leben! Und? Ah! Nein! Ich bin runtergefallen! Oh mein Gott, schnell! Oh! Ich sehe nichts! Jetzt! Ja! Kämpfen! Oh! Er macht so viel Schaden! Nein, ich bin in der, ich bin in der Klamme! Nein! Oh! Weg! Oh mein Gott! Lauf, 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 lauf! Hier lang! Da vorne ist die Stadt! Schnell in die Stadt rennen! Wo ist der echte Rider? Und, wo sind die? Jetzt sehe ich es erst, hier liegt Blut! Oh mein Gott, schnell weg hier! Schnell, schnell, schnell! Oh mein Gott! Nichts wie weg hier! Ah! Hilfe! Das war dieser Pennywise bestimmt! Schnell weg hier! Professor Einhorn, gib uns den Trank! Ist er hier irgendwo? Oh! Hier! Das ist ein dicker Safe. Ich glaube nicht! Da ist er! Wen haben wir denn da? Was wollt ihr denn hier bitte von Professor Einhorn? Wir sind hier, um am Wettrennzall zu nehmen! Wir wollen den super schnellen Trank bekommen! Den Trank! Okay! Ich habe zwei Tränke! Welchen wollt ihr denn haben? Den super Verwandlungstrank oder den Geschwindigkeitstrank? Wir wollen den Schnellmachtrank! Wo man richtig schnell wird! Den Geschwindigkeitstrank! Okay! Dann müsst ihr den linken nehmen oder den rechten! Ich weiß es nicht mehr! Links oder rechts? Welchen soll ich jetzt nehmen? Ich weiß es nicht mehr! Oh Ryder! Was soll ich jetzt machen? Ähm! Lass beide einfach nehmen, oder? Okay! Dann nehme ich einfach beide mit! Zack, zack! Ich nehme erstmal beide mit! Ihr müsst aber aufpassen! Der Verwandlungstrank ist sehr gefährlich! Den dürft ihr nicht nehmen! Nur den mit Geschwindigkeit! Kein Problem! Das kriegen wir schon hin! Nicht wahr, Ryder? Ja, auf jeden Fall! So, ich habe jetzt hier zwei Tränke! Ich weiß aber nicht, welcher welcher ist! Weil der Professor das nicht gesagt hat! Egal! Wir gehen jetzt erstmal schön rüber! Let's go! Ich habe eine Idee, Ryder! Wir werden die Tränke erstmal schnell probieren an etwas! Wir brauchen dafür irgendwas! Soll ich das an einer Blume mal ausprobieren? Hm! Er meinte ja Verwandlungstrank! Ich glaube, das geht nur an... Da, ein Schwein! Schwein, Schwein, Schwein! Bleib stehen! Stehen bleiben! Okay, der bewegt sich! Ich gebe Ihnen mal einen Tropfen von diesem Trank hier, ja? Ja, mach mal! So, warte mal! Bleib mal stehen hier und... Bob! Es ist passiert absolut nichts! Ich probiere es mal bei der Blume! Auch nicht! Bob! Bob! Nichts passiert! Äh! Wah! Was ist hier denn los? Wow! Das war der falsche Trank! Der hier! Ich glaube, das war der Verwandlungstrank! Der gelbe ist der falsche! Okay, das... Hier steht auch Speed drauf! Okay, okay, okay! Das ist das hier der Speed-Trank! Oh mein Gott! Was ist mit dem Schwein passiert? Yo! Lass mal ganz schnell weglaufen! Ja! Oh Gott! Hilfe! Warte mal! Sollen wir diesem Trank einfach mal Sonic geben? Dann verliert der! Stimmt, dann ist er bestimmt mega langsam! Leute, sollen wir mal diesen bösen Trank Sonic geben? Das wird mega lustig! Komm mit! Yo! Da seid ihr ja! Wir haben endlich unser super Geheimnis! Hä? Was für ein Geheimnis? Verrate es mir sofort! Scusi! Schummelt ihr? Tränke sind erlaubt! Ihr dürft euch Hilfe holen! Ja gut! Trotzdem werde ich euch besiegen! Weil ich bin der Schnellste! Ne! Denn ich habe hier den schnellsten Trank der Welt! Guck! Ich nehme mal einen Schluck! Siehst du das? Wow! Oh mein Gott! Bist du schnell! Ja! Seht ihr das, Leute? Schau mal, Sonic! Ja, damit hast du dich gerechnet, ne? Tja, guck mal! Tja! Was sagst du dazu? Scusi! Das ist unfair! Hey! Okay! Ich bin ja sowieso schnell! Aber wenn du mir diesen Trank gibst, werde ich noch schneller sein! Gib mir mal einen Schluck davon! Komm schon! Soll ich dir einen Schluck geben davon? Hm... Ich weiß ja nicht! Sonic, was sagst du? Soll ich dir einen Schluck geben? Ja, komm schon! Einen Schluck! Komm! Gib her! Ja! Komm! Ja! Äh! Schmeckt irgendwie merkwürdig! Nimm den mal wieder! Ja! Ja! Scusi! Ich will auch einen Schluck! Tja, Sonic! Das war nämlich ein anderer Trank! Das war ein... Verwandlungs-Trank! Äh! Oh nein! Was hast du getan? Äh! Ah! Was ist jetzt? Oh mein Gott! Was passiert hier, Ryder? Okay, ich glaube, das war nicht so gut. Das hat schon bei dem Schwein nicht so gut ausgesehen. Ich glaube, ich verziehe mich erstmal. Bis später! Nein, bleib stehen! Ey! Oh mein Gott! Sonic! Geht's dir gut? Ah! Ah! Was ist los mir geworden? Ich bin wütend! Ich werde euch alle fertig machen! Scusi! Was tust du? Ich werde alles vernichten! Wegen dir bin ich hässlich! Tu's nicht! Wow! Was tust du da? Oh mein Gott! Oh nein! Hilfe! Er zerstört die Stadt! Ah! Ha 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 ha! Icky! Du und Ryder! Ihr habt mir das angetan! Deswegen werde ich mich rächen! Tu's nicht! Oh mein Gott! Hilfe! Oh mein Gott! Ryder! Wo ist Ryder? Hör auf Sonic! Sonic beruhige dich! Du bist es doch! Nyxter! Du hast mich... Du hast mich böse gemacht! Und jetzt wirst du die Konsequenzen tragen! Ah! Oh mein Gott! Sonic tu's nicht! Oh mein Gott! Hilfe! Ich muss mich beeilen! Ich muss hier weg! Schnell weg! Ah! Wow! Sonic beruhige dich! Niemals! Ha ha! Ich werde alles vernichten! Ich bin Sonic Tapes! Ah! Hilfe! Schnell weg hier! Rein, 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 rein! Tür zu! Abriegeln! Ryder! Oh mein Gott! Du wirst niemals glauben, was da draußen abgeht! Hast du's mitbekommen? Nein! Was? Ich hör nur laute Geräusche! Was ist da? Da ist ein Sonic! Ein Sonic Tapes heißt der! Und der schießt mit Raketen! Und keine Ahnung! Der bringt alles zum Explodieren! Das ist einfach nur mega gruselig! Ich versteck mich hier! Tschüss! Oh mein Gott! Das hab ich noch nie gesehen! Ich versteck mich im Keller! Nein! Bleib hier bei mir! Beschütz mich! Ryder! Tschüss! Hol Chase und die anderen! Ryder! Oh mein Gott! Was mach ich jetzt, Leute, wenn er jetzt kommt? Ikki, komm raus! Oder ich komme rein! Nix da! Oh nein! Schnell! Ich muss mich jetzt wappnen oder bewaffnen oder so! Ikki, ich komme an dein Fenster! Nein! Chase Ryder! Komm mal hoch! Nein! Ich hab hier nix! Ich hab hier nix! Womit kann ich ihn besiegen! Wartet mal! Was ist, wenn ich es so mache? Okay! Ein Holzschwert! Ey! Was passiert da? Oh mein Gott! Mein Haus! Wo ist er? Wo ist er? Hör auf, mein Haus kaputt zu machen! Wo steckt er denn? Ich seh den nirgends! Wo ist er? Ikki, ich bin in deinem Haus! Hallo! Wo steckst du? Oh Gott, Leute! Ich muss mich verstecken! Oh nein! Schnell! Zack! Jetzt geh ich aufs Dach! Oh Gott, wo ist er? Wo ist er? Ich kann ihn nicht sehen! Oh! Da ist! Da vorne! Ikki! Komm raus! Hallo! Ich mach dein ganzes Haus kaputt! Oh mein Gott! Hilfe! Ryder! Oh nein! Da ist er! Ich muss mich verstecken! Schnell rein! Ich muss zu! Ryder! In den Keller! Oh nein! Oh Gott! Ryder! Schnell in den Keller! Oh mein Gott! Das ist mein ganzes Haus kaputt gemacht! Nein! Oh nein! Schnell in den Keller! Du kannst nicht in den Keller! Ich werd alles kaputt machen! Oh nein! Ah! Schnell weg hier! Oh nein! Ryder! Ryder ist im Keller! Oh nein! Der kommt! Hilfe! Hilfe! Bleib still, Ikki! Neben dir bin ich hässlich! Nein! Schnell weg hier! Schnell! Oh mein Gott, Leute! Ich fliehe schon seit 6 Stunden oder so! Es ist so dunkel geworden! Und er verfolgt mich immer noch! Ikki! Wo versteckst du dich? Oh mein Gott! Er ist da drüben irgendwo! Schnell weg! Wo ist eigentlich Ryder? Mann, das ist alles Riders Schuld! Er meinte, ich soll ihm das geben! Da vorne ist Licht! Hä? Oh mein Gott! Ey, Ryder! Oh, was machst du denn hier? Oh mein Gott, wir müssen uns irgendwie verbarrikadieren! Aber guck mal, ich hab leider nur diese Steine hier! Oh, ich hab zum Glück hier noch ein paar Sachen gesammelt! Hier! Oha! Gib mal alles her! Yo! Damit können wir vorankommen! Das ist gut! Okay, pass auf! Wir bauen jetzt hier ein Haus! Wir brauchen noch mehr Holz, Ryder! Hast du noch ein bisschen mehr Holz? Ich hab genug, ja! Okay, super! Das wird ein bisschen schief! Egal! Wir bauen jetzt erstmal hier ein schönes Haus! So! Am besten machen wir auch eine Axtrider! Das wäre richtig nützlich! Wir müssen uns beeilen! Wenn dieser Sonic wieder auftaucht, wird er uns fressen! Und ich will nicht gefressen werden! So, schnell, schnell, schnell! Leute, habt ihr diesen Sonic gesehen? Wie gruselig der war! Sowas habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen! So, sehr gut! Und eine Netherite-Axt! Boah, wo hast du denn sowas her, Ryder? Die habe ich immer parat! Ja, du bist ja auch von der Paw Patrol-Gang! Hast du noch mehr Holz? Ich brauche noch mehr Holz, Ryder! Ja, ja! Perfekt! Da hinten liegt auch noch ein Stack! Okay! Sollte erstmal reichen, denke ich! Ich baue jetzt hier ein Dach! Wir müssen uns unbedingt verbarrikadieren! So schnell es geht! Aber wir können die Nacht nicht draußen verbringen mit diesem Verrückten! Das ist ja wirklich so schlimm! Der hätte mein komplettes Haus kaputt gemacht, sage ich mal! Ich sage nur so! Ja, ich habe es gehört! Deswegen bin ich auch geflüchtet! Ja, du warst ja im Keller! Du hast es ja mitbekommen! Ja! Ja, ich habe es ja mitbekommen! So! Ich habe das jetzt hier fertig! Das muss weg! Der Block ist falsch! Ich mache den anderen! So, bam, bam! Dann würde ich sagen, um rauszugucken, benötigen wir keine Fenster, sondern hier diese Gitterstäbe, damit der auch nicht reinkommt! Bam, bam, bam! Hier auch noch kaputt machen! Genau, gut! Okay! Das sieht doch schon mal ganz in Ordnung aus! So! Raider, ich zeige dir mal einen Trick! Komm mal her! Ja! So! Schau dir das an! Jetzt mache ich so! Bam, bam! Und jetzt guck! Ich gucke! So! Ein Laser! Bam! Da kann jetzt niemand durch! Okay, aber... Ja? Wie kommen wir jetzt rein? Tja! Das zeige ich dir jetzt! Die nehmen nochmal diese Schilder! Bam, bam! Und machen jetzt... So! Hm! Siehst du das? Ja! Oh! Okay! So! Da kann jetzt wirklich niemand durch! Nur der, der weiß, wie es geht, der kann das! So! Und wenn wir durch wollen, können wir einfach hier... Oh nein! Wir können hier ehrlich nicht durch! Ähm... Ähm... Hier, ich baue einen... Secret-Eingang! Wir brauchen einen Secret-Eingang! Hier, einfach daneben! Und ich mache hier mal ganz kurz... Mit den Barrikaden so alles dicht! Dass hier wirklich niemand reinkommen kann! So! Hallo! Hast du das gehört? Äh... Wer war das? Wer war das? Hallo? Hier drüben! Da drüben ist jemand! Oh mein Gott! Ich... Ich sehe niemanden! Komm mal mit, Ryder! Komm mal mit! Ryder, komm! Ich sehe dich nicht mehr! Ich bin hier, draußen! Oh mein Gott! Hier, wo du das Loch gebuddelt hast! Ryder? Ich komme! Ach... Da bist du ja! Hier drüben, ihr Trottel! Hä? Hä? Wer ist das, Alter? Lass mal rübergehen! Wer ist da? Gehörst du zu Sonic? Oh, guck mal! Da hinten ist Licht! Licht? Wo denn? Ey! Wen haben wir denn da? Leute, was tut ihr denn hier? Leute, habt ihr beim Wettrennen heute mitgemacht? Nein, haben wir nicht! Ich glaube, das hat nicht mal stattgefunden. Wir wollten schummeln! Ihr wolltet schummeln? Habt ihr gegen Sonic verloren? Nein! Wir haben aus Versehen diesen Trank hier genommen und haben den auf Sonic geworfen und dann hat er sich verwandelt! Was? Sonic hat sich verwandelt? Was habt ihr getan? Naja, wir haben halt diesen Trank genommen und so ein bisschen auf Sonic... Oh, nein! Äh! Was hast du gemacht? Da ist ein bisschen auf meinen Fuß gekommen! Ist das gefährlich? Äh... Äh... Tschüss, Siki! Nein, lauf nicht weg! Bleib stehen! Nein! Was hat er denn? Ist das ein schlimmer Trank oder so? Du hast nur ein bisschen auf meinen Fuß gekommen! Du hast ein bisschen gelb! Ähm... Amy Rose... Es kann sein, dass sich gleich etwas bei dir tut! Was denn? Was ist mit dir passiert? Wow! Icky, was hast du getan? Das wirst du jetzt bitte bereuen! Ja! Oh nein, sie dreht auch durch! Ich muss hier weg! Hilfe! Amy Rose, beruhige dich! Next time! Das gibt Rache, Icky! Oh mein Gott! Ich muss schnell ins Haus! Schnell! Und zubachen hier! Bap, bap, bap! Nein! Schnell! Das Haus sollte in Sicherheit sein! Hier kannst du nicht rein! Icky! Komm sofort her! Oh nein, da ist Laser! Ich werde Sonic holen! Und dann werden wir dich einfach einmal besiegen, Icky! Nix da! Verschwinde! Ryder! Hilfe! Ryder, hörst du mich? Er kann dich nicht hören! Oh mein Gott! Ryder, wo bist du? Ich verstecke mich hier im Wald! Ryder, komm schnell ins Haus! Nein! Ich will nicht, dass sie mich sehe! Oh, sie schießt! Okay, bleib da, bleib da! Kommt sofort raus! Wo seid ihr? Guckt mich an, Icky! Hallo! Hallo! Na, da bist du ja! Ha, 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 ha! Oh Gott! Wieso geht das Haus nicht kaputt? Was habt ihr hier gemacht? Ist das ein sicherer OP-Bunker oder was? Ryder, ich brauche Hilfe! Nein, ich laufe nach Hause! Ryder! Oh Gott, Leute, was mache ich denn jetzt? Ich muss hier irgendwie abhauen! Budeleinloch! So, dann hier lang, hier lang! Hey, wo haust du hinab? Bleib stehen! Oh nein, schnell weg! So! Jetzt, meine Chance! Okay, wir sind draußen! Da ist sie, oh Gott, sieht sie gruselig aus, Leute! Was geht denn hier ab, Alter? Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen! Oh Gott! Lauf! Lauf, 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 lauf! Ah! Hilfe! Stehengeblieben! Wo läufst du lang? Ha, 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 ha! Das Haus ist jetzt hinüber! Da drüben! Komm sofort her! Ah! 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 Oh mein Gott! Nix wie weg hier! Oh! Wir müssen in die Schule! In die Schule! Wow! In die Schule! Was geht ab, Leute? Gebt alle die Video einen Like! Ich muss hier abhauen! Und bam, bam! Weg hier! Und so! Ah! Nicht geschafft! Die kommt! Rein da! Und zwar schnell! Du kannst nicht abhauen! Die Schule wird vernichtet! Oh nein! Die gesamte Stadt ist in Gefahr! Wir müssen Hilfe holen! Und zwar schnell! Oh mein Gott, Leute! Ryder, wo steckst du? Oh Gott! Wah! Weg hier, weg hier, weg hier! Okay, und bam! Okay! Sie kommt! Ha, 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 ha! Komm her, Icky! Oh nein! Ah!